ein herzliches willkommen hier zu einer runde ttt die erste runde mit den besten spielern ever ever so wir haben hier ein paar leute dabei einmal den red mit den phoenix und den marco den quassel strippe und wir gucken mal wie wir uns hier verhalten regeln sind ganz klar ach ich drücke immer hier regeln sind ganz klar man darf wenn man tot ist nicht mehr sprechen und man darf auch nicht wenn man angeschossen wird beziehungsweise angeschossen wird und noch lebt natürlich kann sagen wer es war aber wenn man tot ist in dem moment nicht mehr klar regeln gucken und jetzt bin ich gerade unterwegs mit red wird hier eine waffe überhaupt ja warte ich bin immer noch bei redwit ich mache nichts ja ich sehe es ja ich guck nur was du machst also wenn ich gleich tot bin ist klar ne marcel ja gut dann komm dann gehe ich weg wie immer aber ja oh nein ich hab's geahnt ich höre noch so was klatschen so irgendwo ist das wies ich wollte rückwärts ich bin nur jetzt also ich bin innocent ich bin ja wer ist es nicht dass wir sind alle in ohne ich bin jetzt hier gerade mit mit phoenix unterwegs damit du mir glaubst hier kannst du haben ich will dann aber für nicht ich bin was machst du da ist da ich lauf einfach nur hinter dir her keine angst alter ist du da ach das war der nate ja das war äh phoenix ich hab's extra in die ecke geschmissen ja der läuft doch gerade unbewaffnet hier rum alter jungen was zum teufel ist ja los zum glück bin ich also das war bestimmt redwit junge wer ballert denn hier okay phoenix ist vor mir okay dann redwit ist es was hab ich denn damit zu tun ich bin ja überhaupt nicht bei euch lebt der marco noch marco marco der trollt doch rum ey okay redwit redwit kannst du vergessen kannst du vergessen ich kenn deine scheiße art zu spielen komm raus redwit wo bist du war das nicht was ey wie kommt ihr drauf natürlich warte 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 nicht so schnell komm mir nicht hoch ey was auf nicht dass er es ist wie gesagt ich war ich war weder in der nähe von marco ich hab marco nicht mal mehr gesehen ja ja aber ich muss die games auch noch mal lauter machen leute ich merke das schon minimal wo ist er denn ja stell dich noch mehr dahin dann ich meine dann kann er dich direkt wegschießen ich meine ist schon okay ich meine er muss uns ja kriegen nicht wir ihn ja ich höre natürlich keine steps oder so warte mal nicht wundern ich werfe jetzt hier grad mal was rein ist noch am leben phoenix ja ich lebe noch ich lebe noch ich lebe noch ich bin grad das ist das problem ich guck auch grad wo der ist der kann da drüben in den kann das sein dass der unten in diesem loch drin ist weiß ich nicht edwed ja wo bist du der versteckt sich aber ziemlich gut ne der versteckt sich nicht der sucht eine gute position um uns zu ich laufe doch offen rum ich hab da auch nichts mehr zu tun passt bloß auf dass euch der marco nicht kriegt ja ich glaub der marco ist es nicht weil jedes mal machst du das mit diesen scheiß regenbogen du hast mich so oft mit dem regenbogen schon so bei den tests auf angeschossen da ich hab ihn der sucht weiße da gehst er nein ja marco du hast mir so schön in den rippen gezogen ja ich weiß was ist mit dir los weißt du ich guck so runter wo die waffe aufheben auf einmal bahn hab ich gesehen deswegen hab mir gedacht ich nutze das so ein bisschen aus aber der kleine penner uah häh häh warum bringt dich eigentlich alles selber um ich weiß nicht nur weil wir es können aber ich mach mal ganz ganz fix das spiel ein minimales tü lauter innocent äh traitor sehr gut was hab ich denn jetzt hier für ne waffe ich hab hier gar keine waffe ist schon mal richtig 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 wenn ich jetzt sterbe weiß ich bescheid ach ja mit dem ausklick machen was da hat jemand auf mich geschossen sag ich schwör da hat jemand auf mich geschossen da hinten ok Wo denn? Von wo? Redwit, bist du schon wieder Traitor? Nein, nein, bin ich nicht. Das hat gerade jemand nach mir geschossen. Alter, da oben auf dem Dach, oben auf dem Dach, ganz oben. Ja, dann kann das nur Marco sein. Nein, nein, nein. Das ist Phoenix, Phoenix. Phoenix, du Drecksau. Der ist ganz oben. Dreckiger Hund, Alter. Oh, der Lappen. Ganz oben, hab ich doch gesagt. Au, 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 au. Phoenix, du Drecksack. Wo ist der Penner? Nein, nein, der ist ganz oben. Ich verarsche, den kommt man nicht hoch. Man kann irgendwie höher springen. Gibt das irgendwie? Dass man höher springen kann als normal. Oh. Boop. Oh, Wichse, Alter. Warum ist Marco gestorben? Ich hab das gar nicht mitgekriegt. Ich hab's auch nicht gesehen. Oh, Mann, ey. Ey, er hat mich halt gekillt. Ich hab alle drei gekillt. Alter Schwede. Ja, aber wie viel HP hast du denn noch gehabt? Ja, 89 hattest du noch. Was, ich hab dich nicht getroffen? Ich hab dich nicht mal mehr gesehen. Ich hab ja noch extra gesagt, der ist ganz oben. Ja, da war mir schon klar. Der Herr hat mir am Anfang den Scope geholt. Da bin ich an Rusty vorbeigelaufen. Da hab ich einfach da oben hingestellt. Ich schmeiß mal noch was weg. Auf Kuh. Mit Kuh. Genau. Ich bin Inno. 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 Ich auch. Geh weg von mir. In den Kopf, ne? Ich hab doch nicht mehr eine Fachfälle in der Hand. Wie bitte? Was war das? Ich glaub, ich verpiesel mich mal von euch hier. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Hier, Rusty, Rusty, wenn du glaubst, dass ich... Hier. Nein, ich will den nicht haben, Alter. Ich bin der noch. Aha. Damit du Bescheid weißt. Was machst du denn hier? Hier, das man hilft. Okay. Ich bin... Phoenix ist hinter mir. Ich lauf hier gerade... Bin hier mit Redwild im Schachs? Der sagt nichts, das ist so... Redwild? Was denn? Ja, du bist immer so schweigster, Alter. Ja, ich bin einfach mega konzentriert. Richtig, kurz. Ab einem gewissen Alter kann man nur noch eine Sache gleichzeitig mehr. Ja, und die andere Sache kannst du gar nicht mehr, ne? Schon okay. Bin mit Phoenix sind in den Schachs. Ich verraubte nichts, das ist mir zu laut. Ich bin jetzt... Ich hab Redwild im Blick. Da oben ist auch noch einer, ne? Ja, da bin ich. Achso. Und da oben ist Phoenix. Ja, ich... Äh... Ich traue euch nicht. Ich traue euch nicht. Da oben ist Redwild, da oben bist du. Ich traue euch nicht. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin InnoSense, ich schwöre es, ey. Fabio, es laufst du auf die Ohne Waffe rumfummt. Ne, ne. Ich glaube... Weißt du, was ich glaube? Wo ist eigentlich Marco, hä? Äh, ich lauf hier rum. Man, fuck. Unter dir, unter dir ist der. Ich lauf hier rum. Hi. Hau ab, lach mir ruhig. Ist das schön. Ich erschieße dich. Geh weg von mir. Äh? Ich schwöre, ich erschieße dich. Was sind das für Geräusche? Alter, was war das? Redwild? Was denn? Du wirst nicht fahren. Ich hab nicht... Nein, ich bin hier im Schacht. Hier, warte. Warte. Äh. Ich bin hier irgendwie. Ich bin hier bei Redwild. Hier. Boah, ich komm hier nicht raus. Hä? Ne, hier vorne hoch springen. Hab ich. Geht aber nicht. Komm hier nicht mal raus. Also ich bin hier bei Redwild. Ja. Hier oben. Ganz oben sind wir. Wer läuft da? Ey, ich will hier raus. Was ist das? Nicht runter. Also ich will jetzt nicht wieder rückwärts rumlaufen. Ey. Alter, du erschießt mich hier. Komm, komm, versuch du mal. Kommst du da wieder raus? Ne, ich hatte das eben auch. Wo ich die Phoenix überraschen wollte, kam ich da nicht her. Ach, ernste? Ja, da hing ich fest und er schießt mich tot. Alter. Wer ist gestorben? Wer ist gestorben? Edwild? Ernsthaft? Prostig? Naja. Ich hoffe, einer von dir jetzt was sagt. Naja. Dunkler. Okay. Also Rusty war eh nur. Okay. Wieder Redwild. Der alte Penner. Der alte Penner, der... Irgendwie, der... Ja. Wo hängt der rum? Der Pisser. Redwild ist es. Der hat mich angeschlossen. Der hängt im Schacht. Hm. Ich weiß nicht, dass er irgendwo rumfliegt mit so einem Jetpack oder so. Okay. Okay. Rettet. 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 Marco, Marco, Marco. Aha. ich doch mal antwort ja ja ich sag jetzt auch mal was er ist im bücherregal drin bedenken wir sicher wo ist er wo ist der scheiß bücherregel gegenüber vorm bett ja toll ja redved ne du hast noch zwei minuten 20 zeit ich habe alle zeit der welt ist klar vielleicht fällt ja noch jemand von euch irgendwo runter natürlich steck mich einfach so lange ja ihr kommt ja sowieso dann meinst ja glaube ich nicht glaubst du nicht glaub ich nicht wenn ich aber schade ja du dreckiger hund du alter ich hätte dich auch direkt weggemacht wenn du da reingekommen wärst aber ich hab dich nicht so gut getroffen ja Bei mir steht unschuldig. Redwit ist es. Redwit ist es. Ja, wirklich! Ja, würde ich auch sagen. Redwit ist es. Ja. Dann erschießt mich doch. Na komm her. Dann muss ich erst runterkommen. Musi, soll ich? Soll ich da schießen? Nein, wenn du denkst, der ist Traitor. Dann erschießt dich. Nein, ich hab nicht geschossen. Wer war das? Ja, ich hab hier die Dings, ich hab nicht geschossen. Ja, nur wusste ihr seid, der war hinter euch. Ja, ich hab aber hier die Shotgun. Warum stehst du da so drauf? Echt, Marco? Ja. Ja, bitte. Weißt du, du schiebst auf uns die Schöne. Wo ist er? Erstes Bücherregal. Hallo, ich wollte hier beschossen. Ich hab irgendjemand anderen geschossen. Auf uns wurde gerade geschossen und du sagst zu denen ich war das gewesen, wenn ich eine Shotgun in der Hand habe und ein ganz anderes Geräusch kam. Ja, aber ich versuche hier den Verdacht mich zu lenken, Alter. Ja, ja klar. Kann man doch mal machen, also ich bin innocent. Wen hast du denn gerade getroffen? Den Phoenix? Der hat nur auf Wasser geschossen. Er hat nur auf Wasser geschossen. Ja, ja, komm. Also ich hab nur noch 90 HP, wollte ich nur sagen, ja? Oh, oh, ich fall hier runter. Ja, ich fall auch nur. Alter. Wo ist der Typ? Was ist denn Leiter hier? Ne, du wirst verpluft. Dann weiß ich wo er ist. Also wenn ihr mich killt, dann seid ihr einer weniger. Meinst du? Äh, gut kombiniert. Richtig Sherlock. Von den Innocenten, ne? Wollte ich nur sagen. Richtiger Sherlock. Wo ist Redfield hin? Wo ist er? Ich weiß auch nicht. Wollte nur sagen, wenn ich umgehe, dann... Leiser, leiser, guck mal da. Ich mach mal schieß. Jetzt hab ich nur noch 80. Sehr gut. Und wieder Phoenix. Ich war's nicht. Ich... ich... ich glaub auch fast es ist. Also es könnte, rein der würde ich auch Phoenix, ne? Verdammt. Ernst dann? Er hat das... ich voll versteckt grad. Ihr könnt mich überprüfen mit ihr, könnt ihr. Okay, er war's nicht. Wo ist Redfield hin schon wieder? Redfield steht da. Redfield? Ja. Also ich bin's nicht, ne? Ich bin's auch nicht. Ich trau Redfield nicht, Alter. Von wieder, das kann doch nicht wahr sein. Von wieder. Marco, du liegst. Ja, das ist alles. Das war schon immer so. Marco, du musst so lachen, ey. Was ist denn Typ, Alter? Der einzige, der lacht bin ich, wenn du es nicht schaffst mich zu kill, mein Lieber. Also das ist... Ah, warum sollte er nicht der kill? Pass auf, der sitzt, der ist über mir, der ist über mir. Ja, weil ich mich von dir entferne und von Rusty auch. Obwohl Rusty, Rusty ist innocentin, glaub ich, aber nicht dir. Wollt er Sack. Ne, das muss, das muss er sein. Hm, am Arsch. Wo ist der Marco denn jetzt hin? Er ist hier hochgegangen. Marco? Es ist nur Zeitvertreib, es ist Blödsinn. Hier nachzulaufen, es ist Blödsinn. Okay. Totaler Blödsinn. Ja gut. Aber einer von uns muss es ja sein. Ja, es kann ja nur Marco sein. Nein. Warum, warum? Wo denn? Sag mir warum. Ja genau deswegen. Hm. Ich hab jetzt die Waffe einfach mal gewechselt. Oh. Marco? Äh, ne, es muss. Ja, bin ich. Wo ist denn der Marco? Warst du grad die ganze Zeit hier oben auf der Kante? Nein, ich hab doch jetzt gerade, ich hab jetzt gerade hier die Waffe gewechselt hier. Von Schrot auf, äh, Rifle. Ach so, also standst du da schon, okay. Ja, ja. Dann musst du ja dann wieder runtergegangen sein. Oh! Redwood? Redwood? Okay. Dann halt doch Rusty. Okay. Alles klar. Hey Rusty, Mann. Hey Rusty. Hey. Immer dieses nicht reden. Das ist doch so lame. Ja, ja. Alter, die Sonne, ne? Tag Waffen. Ja, ja, Rusty. Zwei Minuten. Oh, wie süß. Zwei Minuten, fünfzig. Catze dich mal. Ja. 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 Oh, wie süß. Ich weiße dich. Und da ist die Endzuhl gerne Endzuhl gerne Oh man ey Jetzt ist das gleiche passiert Wie man es denn erst Bist du runter angefangen? Ja Ich hab's gehört Da habe ich auch ums geflogen Oh scheiße Ich hab's gehört Baaack Oh man Oh man oh man oh man Na gut Ach ja... Aber warum ich dich nicht treffe, Alter? Das ist so scheiße. Ey, ja, ja. Wieviel hast du noch gehabt? Ich hätte echt gedacht, das wäre... Wieviel hast du noch gehabt, Marco? Ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Du hast mich auf jeden Fall ein paar Mal ordentlich getroffen. Vielleicht halte ich noch 80 oder so. Und wieder Innocent. Das kann doch nicht wahr sein. Innocent. Innocent. Unschuldig. Redwit hinter den Redwit bin ich. Obwohl, das glaube ich besser so. Ich würde wahrscheinlich eh identisch verkacken. Also wenn ich es bin, bin ich der Schlechteste. Also wollt ihr von mir keine Angst haben? Wirklich? Ja, das kann sein. Was? Geh weg. Ich habe nichts gemacht, ja. Ich habe nichts gemacht, Mann. Du bist derjenige, der mich hinterrücks erschossen hat. Also der Marcel zielt die ganze Zeit sehr auffällig auf mich. Was für auffällig auf mich? Was soll das? Vielleicht verschieße ich hier einfach auf Verdacht. Bleibt da unten stehen. Bleibt da unten stehen. Komm nicht zu nah. Jetzt gar kein mehr. Ich bin hier mit Redwit hier oben, der geht gerade runter. Ey, warum lügst du? Ich bin unten auf dem Bett. Ich habe doch gerade gesagt, du gehst gerade runter. Was willst du denn? Bleib da oben. Ich komme gerade zu Phoenix. Bleib da unten. Bleib da stehen. Bleib da stehen, Mann. Bleib da stehen, Mann. Bleib da stehen, Mann. Wir melden uns ab und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.